Ich heiße Simka und mein Name ist EcoWars und heute starten wir unser erstes Let's Play über das Spiel Life is Strange. Also, Publisher von diesem Spiel ist Square Enix, Studio ist Daunted Entertainment, Plattform Microsoft Windows, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One, veröffentlicht vom 30. Januar 2015. Und fangen wir an. Genre von diesem Spiel noch ist 3D Adventure und USK 12. Wo bin ich? Was ist passiert? Wo bin ich? Hier! Ich bin in einem Sturm? Wie bin ich hier? Und wo ist hier? Warte, da ist die Lichter. Ich werde sicher sein, wenn ich es da kann. Ich hoffe, bitte, dass ich da kann. Danke dir. Ich werde zum Lichtturm gehen. Und ich glaube, dass da wird alles gut. Das werden wir auch denken. Dieses Spiel ist sehr gut. Grafik, ich kann hier gar nichts schlecht über das sagen. Alles finde ich ganz schön und toll. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Und das ist echt. Ja. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Das ist so surreal. Es ist immer noch kurz kalt. Aber er könnte sprechen über Fotografie. Wie sicherlich war es. Okay. Ich bin in Klasse. Alles ist cool. Ich bin okay. Von Licht bis Schell. Von Color bis Kirscher. Von Color bis Kirscher. Jetzt kann ich mir einen Beispiel von einem Fotografisch. Der hat perfekt verpasst. Der hat die Human Condition in Black and White. Ich habe nicht geblieben. Und das ist wohl nicht so wie ein Traum. Okay, jetzt bin ich wieder dran Ähm, ja Gucken wir uns mal das Bild an Okay Ähm, was kann ich hier sonst noch machen? Ah, hier ist ihr Tagebuch Was ich jetzt kurz sagen wollte, ähm, wir beide haben es schon gespielt, ein bisschen Sind aber, haben es nur 15 Minuten oder so gespielt Ähm, ja, hier ist ihr Tagebuch Ich möchte jetzt nicht, äh, sozusagen alles vorlesen Deswegen durchblätter ich und ihr könnt einfach, äh, pausieren Ähm, in diesem Spiel geht's hauptsächlich Also was es so interessant macht, ist Eines Tages, äh, erfährt sie sozusagen, dass sie menschliche Kräfte hat Ich kann sagen, eines Tages ist dieser Tag Aber das wird in diesem Video noch nicht vorkommen Ähm, so, okay Hier kann man schon mal sehen Ähm, das ist Max, das ist eben die Hauptfigur Ähm, sie ist 18 Jahre alt Studiert Fotografie an der Blackwell Academy In Arcadia Bay Ähm, und das ist ihr Lehrer Mr. Jefferson Und der unterrichtet sie sozusagen Ist, glaube ich, auch ein sehr berühmter Fotograf Das ist Kate Eine gute Freundin von Max Äh, die wir auch gleich noch ansprechen werden Nach Schulschluss Und das hier ist Victoria Sozusagen der Teufel Die uns das Leben ein bisschen schwerer macht Äh, hier sind die Episoden Huch Achso Okay, hier sind, äh, Bilder Die wir alle machen könnten Und die werden hier alle eingeklebt Von diesem ganzen Spiel aus Äh, hier ist Eine Karte Von Äh Von der Stadt sozusagen Wir, wir haben gerade nur das Bild von der Schule hier Weil wir nur noch Nur in der Schule jetzt waren Äh, wo war das jetzt? Wo war das mit den Episoden? Ah, da, okay Also, äh, hier sind die Episoden Ähm Jede Episode kostet 5 Euro Insgesamt jetzt gerade 25 Euro kostet das Spiel Mit einen Episoden Ähm Ich glaube, es werden sogar noch weitere Episoden Drauf kommen Ich würde mich freuen darüber Äh, ja, hier ist, äh, das Handy von Max Ähm Da wo ihre Familie und ihre Freunde drauf sind Äh, dazu kommen wir später nochmal da drauf So, okay Hier können wir ein Selfie machen Das machen wir mal gleich Isn't that too easy? Die Portraiture hat immer ein vital Aspekt von Kunst und Fotografie Für so lange, wie es sich vorgelegt hat Jetzt, Max Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation Can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self portrait Okay, er fragt uns gerade Wann das erste Selfie Geschossen wurde Ähm, wir sagen mal Ich weiß es nicht Ich wusste, aber ich habe es irgendwie vergessen Du wirst sowas oder nicht, Max Ist es jemand hier, der seine Sachen kennt? Louis Daguerre war ein French-Painter, der Daggeria-Type kreate Ein Prozess, der die Portraitern einen scharf reflektiven Style, wie ein Schild Jetzt bist du total in der Retro-Zone Schadefache Sehr gut, Viktoria Der Daggerian-Prozess hat den Falsen herausgebracht, die sich extrem populär aus dem 1800s nachher Hier gibt es ihre Brieftasche oder ihr Rucksack Ah, sie hat immer ihre Kamera dabei Okay, das muss ich vorher sowas selber Okay, jetzt ist gerade Schulschluss Wir können uns hier gerade ein bisschen umgucken Ähm, so Computer oder beste Freundin Ich bin für Computer Okay, da ist gerade eh nichts interessantes Äh, nur Photoshop offen, wir können daran nichts verändern Dann reden wir mal mit unserer Freundin Ähm, dann fragen wir sie mal, warum sie... also du bist heute so ruhig Ähm, möchtest du mit uns einen Kaffee-Tee trinken hier? So, okay, sie hat anscheinend gar keine Lust Ähm, was kann man hier noch machen? Achso, ich spoilere mal gerade ein bisschen Denn man kann ja die Fotos machen Und hier schon das erste Foto So, ich weiß gerade nicht, wie man, äh, auf das Tagebuch zugreifen kann Sonst hätte ich jetzt gezeigt Aber jetzt ist das Foto da drin Okay, hier ist der Ball, mit dem sie abgeworfen wurde Ganz fies auch Okay, anscheinend hast du jetzt ein Porno gedreht Ob es jetzt stimmt oder nicht Äh, das weiß ich jetzt nicht Naja, werden wir bestimmt später nochmal erfahren Kommen wir bestimmt noch zu Ähm, ja, reden wir mal mit Unserem Lehrer, Mr. Jefferson So, ähm, sagen wir mal Dass wir nicht so viel Zeit haben für die Hausaufgaben da Ich hatte keine Zeit, viel zu viel Arbeit Max, du bist ein besser Fotografer als ein Liar Ich weiß, dass es ein Drag ist, dass ein altes Mann einen Lektur zu hören, aber Leben wird nicht warten, um dich zu spielen Du bist jung, der Welt ist dein Blah, 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 right? Aber du hast ein Gift Du hast den Fever, um Bilder zu nehmen Um den Welt zu beschreiben, um die Welt nur wie du ihn Und du hast den Fever, um ihn zu erinnern Nun, all you need is the courage to share your gift with others And that's what separates the artist from the amateur Okay, er hat uns gerade gelobt, dass wir sozusagen ein Geschenk haben Dass wir die Gabe haben, Fotos zu schießen Dass wir sozusagen gut drin sind Ähm, ja, also Hier gibt es noch sehr viel zu zeigen Ähm, was Was aber Simka und ich Im nächsten Video machen würde Nämlich getrennt Er auf Russisch und ich auf Deutsch Ähm, wir würden erstmal sagen Ähm, euch hat's gefallen Hoffentlich Ähm, wenn ihr mehr sehen wollt, dann Abonnieren Ähm, dieses Video wird hier auf Mediadoc gestellt Vielleicht auch auf meinen Kanal Der dann auch vielleicht verlinkt wird Vielleicht Ähm, ja Dankeschön an Mediadoc, dass sie uns so unterstützt haben Ähm, für dieses Projekt Wo wir uns angemeldet haben Ähm, ja Wenn ihr mehr sehen wollt Auf Mediadoc gibt es noch sehr viele Videos von anderen Ähm, tollen Leuten, mit denen wir in der Gruppe gearbeitet haben Ähm, ja Bis dahin würden Simka und ich sagen Tschüss być Schritte Bo Arbeit Bo 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 Bo